hallo freunde hier willkommen bei minecraft und wir sind ja dran ein mega großen projekt und zwar wollen wir eine big monster voller baum jetzt schmelzen wir erstmal glas sowas können wir noch nicht mitnehmen auch weg und alle 64 voller so kann er zum ersten mal hier rein so okay wir können ja noch die Eimers mitnehmen und testen die Eimern kochen wir ja eh näher zu füllen dann kann er noch schmelzen und jetzt unsere Mega Baustelle so gehen wir hier ran dann kann er eigentlich auch wieder weg so ab dann können wir die Etage weiter bauen hier wird raus fertig irgendwie nicht schlau so eine Etage haben wir schon drauf jetzt bauen wir die zweite kann er eigentlich auch so 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 ähm ähm ja da runter kurz jetzt ja auch na da da haben wir noch ein Steinchen hier die Schippen brauchen wir jetzt nicht achten da zum achten da zum so das muss jetzt mal reichen ansonsten müssen wir wieder irgendwo Steinchen fahren so so dann bauen wir hier gleich weiter wieder hier können wir schon die in derischen Kanäle Grande angelegt dann dann raus So, auch. Die Bäume dazu. So. Zittert. Hier haben wir keine andere. Zwei. Vier. Zwei. 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 Hier war Rio de Janeiro. Zwei. 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 Water. Aufpassen, wenn wir die runterfallen. Ne, hier nicht mehr. Hier kommt der ran. 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 Der. Und du. Der. Ich bin zu weit. Ja. So, dann der. Der ran. Der ran. Der ran. Der ran. Der ran. So. Können wir mal einen Probelauf machen. Hätte ja da eigentlich mal was man mitnehmen können. So, dann kommen wir zur Zwischenlegge. oder ich gehe hier gleich mal weiter und gehen da ran so, gehen da ran so, gehen da ran So So Hier Hier Oh, hier hin. Oh, hier noch einen ran. Hier noch einen. Stein, Stein. So, oh ja. Ah, wo ist das? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da noch eine. Vielleicht daran. So. 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 Überlegen, überlegen. Eins, zwei, drei. Hals. Zwei. 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 machen hier noch und drehen nicht mehr so kanalegrande ist fast fertig 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. So-ja. So, machen wir uns zu hier. So, gehen wir wieder hin. So, sind wir wieder hin. Zu weit gegründet. Ach. Und da. Bis zum nächsten Mal. so auch weg so können wir da ja Fertig. Das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr schön. so so naja auch so 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 ja So, 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 auch einer ran. So, so passen die nicht hier runter, blumsen, ach, doch, so, 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 so 1,2,3 so so aussieht hier auch so 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 geht So 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 Jetzt nehmen wir das hier, rüber 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 Rot 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 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. auch zu ich kann auch nicht zu und ich kann auch nicht zu So machen wir es nicht anders, da, los, und so. Sieht doch schon super aus. Ich denke mal, ein Glas müsste schon geschmolzen sein, dann können wir da nicht hin dackeln. So, durch, durch, auch dicht. Ähm, das ist eh, ja, später los. Steine mehr Farbe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kriiitisch. Kriiitisch. Aber er kann ja die Wände quasi mit Wasser laufen lassen. Kriiitisch. Hier haben wir Steine. Und dann unten mache ich Wasser. Vorhanden. Ich brauche ja bloß solche Stufen oder sowas mal. Schütter Wasser rein. Dann müssten sie das ja quasi auch gehen. Dem Wasser. Als Wand. So. Hier noch. Hier noch. Können wir gucken, ob das Glas macht. Ein schöner Sonnenuntergang. Und dann. So. So. Dann können wir gleich zumal machen. Oh, die hat man gegessen. So. So. Dann müssen wir einen einfach mal sauber holen und dann testen ob das auch so funktioniert und wie wir das denken. So, da auch noch. Ja, wo ist das? Jetzt habe ich hier Urlaub. So, ich gehe noch zu machen. So, hoffen wir mal. So, wir müssen gehen. Hartvengan, dumme an. Wenswergen wette es kommt. Bis zum nächsten Mal.